Ja, Mothman. Mothman ist geil. Mothman ist geil. Ich find den cool. Gucken wir uns das Deck mal an. Ja. So, wir machen das Mottendeck auf. Das Backdeck. Also blau, grün, schwarz. Wenn ihr uns gerade erst gefunden habt. Hi, ich bin der Blacky. Das ist der David da. Hallo. Und wir machen hier Fallout Commander Decks auf. Wir haben schon zwei aufgemacht. Ja, letzte Woche. Letzte Woche, genau. Die könnt ihr da oben, könnt ihr da nachgucken. Und die werden da immer wieder durchflütteln. Oder ihr guckt bei mir auf dem Kanal, wenn ihr sagt, boah, Mothman interessiert mich jetzt gar nicht. Ja. Aber ich will unbedingt Dogmeat gucken. Hab ich auf dem Kanal. Könnt ihr nachgucken gehen. Genau. Ich hab ein bisschen Ahnung von Magic. Ich hab keine Ahnung von Fallout. Deswegen hab ich mir den Lieblingsarbeit eingeholt. Ja, ich hab ein bisschen Ahnung. Vielleicht von beiden. Deswegen hast du von beiden wahrscheinlich mehr Ahnung. Deswegen kannst du uns beiden mehr sagen. Ja. Deswegen musste ich einen Experten reinholen, aber ich hab keine Ahnung von Fallout. Als ich gesehen hab, Mottenmann, hab ich am Anfang gedacht, okay, was ist das? Dann hab ich diese Motte gesehen. Und dann war der hier auf einmal ein Mensch und so ein Körper drunter. Ich dachte mir so, hä, what the fuck? Was ist jetzt los? Und ich hab null Ahnung. Und ihr regt euch immer drüber auf, wenn ich so Dinge erzähle wie, boah, ich hab keine Ahnung. Ja. Und deswegen hab ich mir gedacht, hol ich mir einen Experten dran. Ja. Moffman ist eine Kreatur aus 76. Aber, die kenn ich sogar noch. Der 76 hast du nicht gespielt, richtig? Doch, doch. Anfangs hab ich das gespielt. Okay, ja. Ich sag mal so, die ersten zwei Monate hab ich gespielt. Ähm, war echt, äh, ein Traum. Eher so ein Albtraum. So. Ja, aber es scheint ja lange da zu sein. Oder gewesen zu sein. Ja, mittlerweile soll das ja auch immer wieder besser geworden sein. Aber, naja. Man hat halt keine Zeit. Ja, erst mal das und zum anderen hat man so viel Schock hinter sich. Weil du das erste Mal spielen. Ja. Ja. Es ist der weise Mottenmann. Der weise Mottenmann, ja. Dementsprechend ist der nächste dumm wie der dumme Mottenmann. Ja. Ähm, hier auch wieder so ein, wie spielt man das Deck? Commander Grundregeln. Ein wunderschönes Mottenmann-Bild. Und, äh, kurz erklärt, wer der weise Mottenmann ist. Und der Meister, der neue Gott. Wer das ist? Wer? Ich hab null Ahnung. So, wie immer, wir haben hier noch einen schwarzen Umschlag. Dann haben wir ein, äh, Collector Booster Sample. Wo bestimmt 20.000 Commander-Sol-Ringe drin sind. Yes. Und dieses Mottenmann-Ding. Livezähler. Hier sind Tokens. Die sind wirklich cool. Wenn man hier zum Beispiel guckt, die Mutanten zum Beispiel, sehen sehr, sehr cool aus. Gucken wir uns ordentlich an. Wir haben keine Zeit. Nein. Nein, nein. Wir haben eine Stunde gebraucht für die anderen zwei Decks. Also, ja. Also, ich hab noch Zeit. Auf mich wartet niemand zu Hause. Aber, irgendwann will man ja auch mal Feierabend haben. Das ist ja für mich ja ein Job. Ich arbeite ja gerade. Ich mach gerne Decks auf. Ich auch. Also, genau. Das muss ich auch einmal erwähnen. Die ganzen Decks, die wir hier aufmachen, sind auch von dir. Ja. Die hast du zur Verfügung gestellt für meine Abonnenten. Deswegen vielen, vielen Dank. Und wenn ihr dem Ganzen auch danken wollt und das auch cool findet, dass wir das machen, unten in der Videobeschreibung ist unter anderem der Instagram-Kanal von dem lieben David. Da könnt ihr mal ein Like da lassen dafür, dass er diese Videos gemacht hat. Er macht die Videos. Ich mach die Videos, aber du hast die möglich gemacht. Ja, ja, ja. So. Gucken wir mal rein. Wir haben den Weisen Mottenmann. Das ist ein 4-Mann-A-3-3-Flieger. Yes. Der nicht fliegend aussieht, meiner Meinung nach. Und der, immer wenn er ins Spiel kommt oder angreift, kriegt jeder einen Red-Counter. Red-Counter sagt, wenn zu Beginn des Main-Steps, nicht der Upkeep, sondern des Main-Steps, was eine total dämliche Zeit ist, muss man so viele Karten millen, wie man einen Red-Counter hat. Also, vom Deck auf den Friedhof legen. Und für jedes Nicht-Land-Permanente bekommt man einen Schaden. Dafür geht auch ein Red-Counter runter. Richtig. Baut sich also ab. Voll gut. Aber nur manchmal. Ich weiß nicht, warum die das in der Main-Phase gemacht haben. Vielleicht, damit die Leute nicht so getildet sind, was die hätten ziehen können. Aber im Endeffekt ist das ja auch da. Ich hab keine Ahnung. Sonst hätten es ziehen können. Es triggert mich einfach nur, weil es halt irgendwie... Es klingt so nach Upkeep, denk. Ja. Naja. Und die Karte hat, immer wenn ein Nicht-Land-Permanente gemeldet wird, legen wir 1% oder 2% auf x Kreaturen unserer Wahl. Wobei x die Anzahl an Nicht-Land-Karten ist, die gemeldet wurden. Also wenn ein oder mehr Karten gemeldet werden. Da gibt es ein paar lustige Interaktionen zu. Zum Beispiel Red-Counter gelten als 1 Mill. Mhm. Und nicht als 1 Mill, 1 Mill, 1 Mill, 1 Mill, 1 Mill. Das heißt, der bekommt nicht 5 Marken, nur weil ihr 5 Mal ein Nicht-Land-Permanentes Red-Counter mailt. Wir können dann 5 Kreaturen eine Mark machen. Genau. Und das Spannende dabei ist... Das könnt ihr auch mit Gegner-Kreaturen machen. True. Das sind nicht nur unsere eigenen. True. Und damit kann man cool Politik betreiben. Ja. Das kann man wirklich cool machen. Dann haben wir... Ja. Der Meister. Einer der hübschesten Magic-Karten, die ich je gesehen habe in Magic. Der Meister, der neue Gott. 4 Mana, 2, 4. Immer wenn der Meister, der neue Gott ins Spiel kommt, erhalten jeder Spieler einen 2-Verstrahlungszauber. Einen Spieler. Ne? Zwei Verstrahlungsmarken. Einen Spieler. Einen Spieler. Okay. Das heißt, wir targeten einen. Er macht random. Okay. Versteh schon. Und dann tappen wir und bringen eine Kreatur, die in diesem Zug gemeldet wurde, ins Spiel zurück. Nur, dass sie 3-3 ist. Und zusätzlich noch ein... Mutant. Mutant. Ein grüner Mutant. Ja. Der Meister, zumal als Spoiler für ein Spiel, was schon urisch lange auf dem Markt ist, ist der Endgegner im Endeffekt vom ersten Teil. Mhm. Und er ist halt die Quelle dafür, dass Mutanten überhaupt so weit gekommen sind. Also er verwandelt Menschen in Mutanten. Er hat einen ganz komischen Bauch. Ja. Das ist Pitbull? Ne. Das ist ein... Ein Fernseher. Ein Fernseher auch? Ja, ein CRT. Geil. Dann haben wir Jason Bright, Prophet der Leuchtenden. Ist das einer... Also ich kenne... Eine Sache kenne ich aus Fallout. Und das lag daran, dass du mir die gezeigt hast vor elendigen Jahren. Und das waren die Kinder des Atoms. Kinder des Atoms. Mit preiset das Atom, es bringt uns die Spaltung. Ja. Nein, da ist keiner davon. Oh, schade. Aber er leuchtet doch so wunderschön. Nein, nein. Es ist eine... Einer der Questreihen aus New Vegas. Einer der coolsten meiner Meinung nach. Okay. Er und seine Gefolgswelt, die alle Gude sind, wollen mit Raketen aus einer Raketenstation, die eigentlich nur so Testraketen sind, in gelobte Land fliegen. Also quasi irgendwo auf einem anderen Planeten fliegen und du hilfst den dabei. Okay. Er ist ein Zombie-Mutant-Berater. Ja. Drei Männer, zwei, drei. Und immer wenn ein Zombie oder ein Mutant, der stirbt und seine Stärke größer als seine Basisstärke war, ziehen wir eine Karte. Und für zwei Männer können wir eine Kreatur opfern und legen eine Plus-1-1-Marke auf eine Kreatur unserer Wahl und sie hält Flugfähigkeit. Ja. Es ist ein Zombie, der Flugfähigkeit gibt. Er ist ein Zombie, der mit einem Lord auf dem Feld schon ganz viele Karten ziehen lässt. Oh, ja. Oh, oh, ja. Oh, ja. I see what you did. Schöne Karte. Sehr coole Karte. Dann haben wir Mialog Königin. 5 Mana, 4-4-Wachsamkeit. In blau eine Wachsamkeitskarte. Krass. Krabbenmuttern. Immer wenn sie ins Spiel kommt, erhält ein Spieler zwei Verstrahlungsmarken. Und immer wenn ein oder mehr nicht-Landkarten gemeldet werden, ziehen wir eine Karte und legen dann eine Plus-1-Marke auf. Die triggert aber nur einmal pro Zug. Ja. Ja, allgemein. Hier im Deck sind sehr, sehr viele Kreaturen aus dem Ödland. Ja. Einer der größeren Gegner im Spiel. Dann Piper Reif. Reif? Reif? Reit? Reit. Piper Reit können sein. Ja, Piper. Public Reporterin. 2 Mana, 1, 2. Immer wenn die einen Spielerkampfschaden zufügt, können wir so oft nachschauen. Was? Immer wenn die einem Spielerkampfschaden wird, stelle entsprechend auf Nachforschung. Ach, in Höhe der Schadenspunkte. Ja. Okay, ich verstehe. Und immer wenn wir einen Hinweis opfern, legen wir eine Plus-1-Marke auf eine Kreatur, die wir kontrollieren. Das heißt, wir können mit ihr praktisch eine unendlich starke Kreatur machen, weil sie halt immer wieder stärker wird und immer mehr Hinweise macht, wenn wir die Hinweise opfern und so. Ja. Cool. Spannend. Aber es steht nicht, dass wir Hinweis opfern müssen für die Hinweise. Das heißt, wir können die einfach mit Opfern-Artefakt Kriege X. Crackler-Lineworks. Ja. Das ist stark. Sweet. Ja. Eine der Hauptcharaktere im vierten Teil. Ja. Kann man nicht viel groß zu sagen. Ist eine Reporterin. Ja. Jetzt haben wir eine teure Karte. Ist die teure? Ja, die kostet glaube ich 3 Euro da. Red Sturm. Was für eine neue Karte schon sehr teuer ist. Ja, ja schon. Red Sturm. Vier Mana Spontanzauber mit Sturm. Also Storm. Mhm. Und wir führen Wucherungen durch. Was krass ist. Storm bedeutet, wir kriegen für jede Karte, die wir vorher gespielt haben, eine Kopie davon. Und Wucherungen sagt, wir bestimmen eine bliebige Anzahl an permanenten, also Marken auf Permanenten oder Marken auf Spielern. Ja. Und fügen eine hinzu. Das heißt, wir können damit ganz, ganz schnell Poison-Counter machen. Ja. Ja. Ganz, ganz viele Poison-Counter. Commander-Liebling. In diesem Fall ist halt ja eher so die Red-Counter, aber ja. Ja. Poison-Decks. Poison. Beste. Sehr gut. Kampf um Projekt Purity. Was ist denn Projekt Purity? Das ist, ich sag jetzt mal, das Endziel aus dem dritten Teil. Und es geht darum, das Wasser im Ödland zu reinigen. Und dafür braucht man ein Garden Eden Recreation Kit. Klar. G-E-E-K-Modul. Und ja. Und in diesem End-Szenario, was man da hat, kann man sich entweder zwischen der Enklave oder der Bruderschaft entscheiden und entweder das Wasser verseuchen lassen oder reinigen. Okay. So ähnlich funktioniert die Verzauberung auch. Ja. Wählen Bruderschaft oder Enklave, so wie diese Karte ins Spiel kommt. Bei Bruderschaft ziehen wir zu Beginn der Saison zumindest, zieht jeder Gegner eine Karte. Und du hältst für jede Karte auf diese Weise gezogene Karte eine Karte. Ja. Das ist schon gut. Das ist gut. Oder Enklave. Immer wenn ein Spieler durch dich oder einen anderen Spieler angreift, erhält der Spieler doppelt so viele Verstrahlungsmarken. Das heißt, so ein bisschen Verstrahlungsgedöns, was wir haben. Nicht mal so verkehrt. Das ist cool. Wilder Ghoul. Okay, legen wir Plus-1-Marken irgendwo hin. Ja, verteilt Red. Hancock. Hancock. Ist der cool? Der sieht cool aus. Ghoulischer Bürgermeister. Ich weiß noch mehr, wie die Stadt heißt. Ne, nicht Freeside. Mir fällt die Stadt nicht ein. Ist auf jeden Fall ein Fallout 4-Charakter. Ist ein Bürgermeister. Ja, auch ein Begleiter, den du haben kannst. Mit Unfallwüstlich. Und jede andere Karte, die du kontrollierst, die ein Zombie oder Mutant ist, der hält plus 6 plus 6. Wobei X die Anzahl an Marken auf ihm ist. Ja. Ein Lord praktisch. Ja. Ist nett. Nuklearer Fallout. Nukular. Ja. Wer den gesehen hat, steht also Nukular spricht man das aus. Hat mir Simpsons beigebracht. Zwei schwarze und X. Jede Kreatur hält zweimal minus X minus X. So bei X die Anzahl. Und jeder Spieler erhält X-Mana aus Marken. X ist hier oben. Das heißt, wir zwei schwarze und fünf Mana, kriegt jede Kreatur minus 10 minus 10. Und dann kriegt jeder fünf Strahlungsmarken. Coole Karte. Kreischende Brandbestie. Sechs Mana fünf fünf fliegen bedrohlich. Wenn sie ihn angreift, erhält jeder Spieler zwei Verstrahlungsmarken. Und immer wenn zwei oder mehr nicht, ne, eine oder mehr nicht Landkarten gemeldet werden, kriegen wir entsprechend viele 2-2 Zombies. Tue dies nur einmal pro Zug. Ja. Ja. Die weirde Aussage. Du kriegst so viele Zombies, tue das nur einmal pro Zug. Ja. Die Scotchbees, das waren so in 76 im Endeffekt so, ich sag jetzt mal, der schwierigste Gegner, damals alles angefangen hat. Und ja, die gibt es auch nur in dem Spiel. Es sind einfach mutierte Fledermäuse. Fledermäuse. Fledermäuse sind großartig. Ja. Wall 12, die Necropolis. Sechs Mana. Eins, zwei und drei haben wir unsere Saga-Stufen. Bei eins erhält jeder Spieler drei Verstrahlungsmarken. Bei zwei erzeugen wir x-2-2 Zombies, wobei x die Gleichzahl der Gesamtzahl der Strahlungsmarken auf allen Spielern ist. Und bei drei legen wir auf jede Kreatur, die wir kontrollieren, die ein Zombie oder ein Mutant ist, zwei plus eins und eins machen. Das ist eine coole Sache, muss ich sagen. Also, Wall 12 ist einer der Walls, wo wieder so ein Experiment gemacht wurde, wo man einfach geguckt hat, wie verhalten sich die Menschen da drin und wie werden die verändert dadurch, wenn man die Wall leicht auflässt. Und nach dem Atomkrieg wurden die alle da drin verstrahlt und wurden zu Ghulen. Und ja, das ist einer der, ich sag mal, der wichtigsten Punkte in Fallout 1, weil da bekommst du den Wasser-Chip her, den du ... Ah, okay. Spoiler! Spoiler! Zu spät! Dann haben wir Harald und Bob. Erste Neumenschen. Drei Mana, drei, drei. Machsamkeit, Reichweite. Und wenn der stirbt, falls er eine Kreatur war, bringen wir ihn zurück ins Spiel als Aura-Verzauberung. Wir verzaubern den Wald und der verzauberte Wald hat Tappen für drei beliebige Mana-Farben und du hältst zwei Verstrahlungsmarken. Und er hat keine anderen Fähigkeiten mehr. Ja. Okay. Super coole Sachen. Weil Harald ist so, er gab den Fallout 1, 2 und 3. Okay. Und von 1 an mutiert er immer weiter. Also er hat so eine Art Ast oder so eine Art Pflanze an seinem Kopf. Und im dritten Teil ist das dann so hoch gewachsen, dass er quasi ein Baum ist. Und er kommt auch nicht mehr da weg und er bittet dich darum, dass du ihn umbringst. Weil alle Leute, die da drumrum ihn anbeten, bringen ihn zum Wahnsinn. Weil er kommt nicht mehr da weg. Ja, weil er nicht wegkam. Oh mein Gott, wie cool. Ja. Das ist cool. Das ist makaber, ja. Lily Bone, psychotische Oma. Was ist das? Wir haben eine 00-Wachsamkeit. Sie kommt mit 2 plus 1 plus 1 mal in das Spiel. Zu Beginn des Versorgungsmittels verdoppeln wir die Anzahl um plus 1 plus 1 mal in das Spiel. Falls die Stärke 16 oder mehr beträgt, entfernen alle bis auf eine plus 1 Marke von ihr. Dann erhältst du für jede auf diese Weise entfernte einen Lebenspunkt. Ja. In dem Deck sehr wichtig meiner Meinung nach, weil man verliert echt viel Leben mit dem Red. Das ist ein Begleiter aus New Vegas und ja, kann man sonst nichts mehr zusammen. Nicht gut. Im Deutsch klingen die witzig. Ja. Dann haben wir PowerFaust. Zwei-Manner-Ausrüstung für zwei-Manner-Ausrüsten. Und die ausgerüstete Kreatur hat Trampelschaden. Dann haben wir diese Kreatur einem Spieler-Kampfschaden zurückgelegt. Entsprechend viele plus 1-1 machen auf sie. Ja. Cool. Easy, einfach, PowerFaust, schön. Tobender Yaoguai für drei Grüne und X. Zwei-Zwei kommt er mit X-Platz-Besides-Barken rein, hat Wachsamkeit und Trampel. Und wenn ihr ins Spiel kommt, zerstören wir eine beliebige Anzahl an Artefakten ohne Verzauberung mit gesamten Mana-Kosten von X oder weniger. Ja. Das ist nicht schlecht. Damit kann man eine Menge Null-Manner-Artefaktländer zerstören. Aber Triple Green mit einem dreifarbigen Deck? Ist schon hart. Ist schon hart. Dann haben wir Strong unzivilisierter Mima. Sechs-Manner 7-7 mit Abwehr 2, Mutant-Berserker. Ich glaube, hier sind fast nur Mutanten drin. Ja. Entzürnen. Immer wenn dem Schaden zugefügt wird, erhältst du drei Verstrahlungsmarken. Und der kriegt drei plus 1-1 Marken, was schon echt krass ist. Ja. Und durch Verstrahlung erhältst du Lebenspunkte dazu, statt welche zu verlieren. Also wenn du nicht lang permanent auflegst. Ja. Ja, Begleiter aus dem vierten Teil. Und ich finde es auch cool, dass die diese Dino-Mechanik mit dem Entzürnen, halt auch mit eingebaut haben. Und auch einer der Wege, wie man die Red-Counter dann doch noch überleben kann. Ja, das stimmt. Tattoo-Farmer. 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 3-1-4 mit Landung. Immer wenn ein Land unter unser Kontrolle ins Spiel kommt, erhalten wir zwei Verstrahlungsmarken. Und tappen. Wir bringen Länderkarten in unserer Wahl, die in diesem Zug gemailt wurden, aus dem Friedhof und die Kontrolle ins Spiel zurück. Ja. Ist gut. Cool. Eine gute Karte. Wirklich eine gute Karte. Dann haben wir achtsamer Red-Hish. Über den habe ich schon eine ganze Menge gelesen. Ja. 3-1-2-2 mit Evolve, also Weiterentwicklung. Immer wenn eine Kreatur mit mehr Stärke als er ins Spiel kommt, legen wir eine Science Science-Marker auf ihn. Auf diese Kreatur. Und immer wenn der sich weiterentwickelt, erzeugen wir einen Spielstein, der eine Kopie von ihm ist. Ja. Den kann man ganz schnell brechen. Ja. Mutate. Kann ganz, ganz schlimm werden. Ja. Ja. Und ja. Das ist witzig. Ja. Wenn die Kopie auf einmal dann nochmal eine Kopie macht und die Kopie nochmal weiterkopieren. Ja. Das ist wirklich gut. Ja. Werdecke seine Scheu nicht mit Wehrlosigkeit. Das ist richtig. Diese zwei Köpfe sind der Wahnsinn. Dann haben wir Agent Frank Harrison. Nee. Horrigan. Horrigan. Sieben-Manna-8-6-Trampelschaden. Und wenn Frank Harrison... Ne. Der hat Unzerstörbarkeit, solange er in diesem Zug angegriffen hat. Und immer wenn er ins Spiel kommt oder angreift, führt zweimal Wucherung durch. Also mehr Marken auf Spielern und auf Kreaturen. Er ist der Hauptantagonist aus dem zweiten Teil. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich den zweiten leider nicht gespielt habe. Auch wenn alle Leute sagen, der ist so gut. Der ist bestimmt voll gut. Alpha-Todeskarte. Heilige Karte. Die ist so cool. 6-Manna-6-6. Bedrohlich. Versucht Trampelschaden. Wenn sie reinkommen, zerstellen wir einen Permanentes unserer Wahl. Und wenn die monströs wird, zerstellen wir nochmal einen Permanentes unserer Wahl. Ja. So eine gute Karte. Ja. Cool Karte. Dann Atomarisieren. 4-Manna-Spontanzauber, zerstören ein Nicht-Land-Permanentes. Und dann wuchern wir. Also viel Wucherung und viel tatsächlich sehr schöne Flavortexte. Das muss ich immer wieder dabei sagen. Auch wenn wir die jetzt gerade so krass drüber eingehen. Ja, genau. Plasmagewehre. Seit 2077 trennen sie Weiches von hartem Gewehren. Ja. Das ist großartig. Markus, Bürgermeister der Mutanten. Der sieht gar nicht mal so mutantig aus. 5-Manna-4-4. Wachsamkeit. Trampel. Und immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfstand zu fickt, zieh eine Karte. Falls er eine Plus 1-2-1-Mark hat. Falls nicht, legen wir eine Plus 1-2-1-Mark aus ihm. Ja. Easy. Die Vorzüge der Mutation. Ist das eher? Ist das, oder? Nee. Also die allgemein sehen Mutanten so aus. Ah, okay. Okay. Die Mutanten, die wir bisher gesehen haben, sahen anders aus. Super Mutanten. Ah, Super Mutanten. Okay. Super Mutanten. Ein grünes, ein blaues, ein farbloses, spontan, sauber. Permanente, die du kontrollierst und die auf den Marken liegen, erhalten Fluchs. Ich habe eine Zerstörbarkeit, bis zum Ende des Zuges. Verändere allen Schaden von jedem permanenten, der den Zug zugefickt würde, für ihre Wohnung durch. Ja. Oh nein. Mein Rohr. Sehr, sehr cool. Ja, coole Kader. Dann Volt 87, erzwungene Mutation. Für ein blaues, ein grünes, drei Farblose haben wir drei Saga-Steps. Beim ersten übernehmen wir die Kontrolle über Nicht-Mutanten-Kreaturen, solange wir die Volt 87 kontrollieren. Beim zweiten Step legen wir eine Plus 1-2-1-Mark auf eine Kreatur unserer Wahl, die wir kontrollieren. Sie halten zusätzlich einen Mutanten. Bei drei ziehen wir so viele Karten wie die höchste Stärke von Mutanten, die wir kontrollieren haben. Ja, das ganze Deck hat ja so einen leichten Mutanten-Tribal. Was? Echt? Ja. Ja, und die Volt 87 ist eine Volt aus drei und sie bildet halt quasi das Lore-Glied dafür, wie in der Ostküste auch Super-Mutanten sein können, die normalerweise nur in der Westküste geherrschen. Okay, das ist sie. Also, ja. Das ist sie. Hanuka, Atombombenwerfer. Ja. Der ist mächtig. Zwei Mana zum Spielen, drei Mana zum Ausrüsten. Die ausrüstete Kreatur hat plus 3 plus 0 Einschüchterung, was schon sehr stark ist. Und immer wenn die ausrüstete Kreatur angreift, gilt bis zum nächsten Zuges des verteidigenden Spielers folgendes. Immer wenn er einen Zauberspruch wählt, erhält er zwei Verstrahlungsaugen. Ja. Das ist so gut. Ja. Das ist so gut. Als die Kanten gespoilert wurden und der Dogmeadeck keinen Nuka-Launcher hatte, hab ich mir gedacht, ah ne, da haben die was verpasst. Aber er kam ja doch noch. Er kam noch. Na, er war gut. Ja. Dann haben wir Aufschiffgriff Theta. Vier Mana, vier, vier. Und wenn es ins Spiel kommt, legen wir einen 0-0 blauen Alien-Spielstein mit der Plus-1-2-1-Marke. Dahin bemannen es zwei. Und immer wenn das angreift, führen wir Wuchungen durch. Ja. Okay. Es gibt Aliens in Fallout. Ja. Ist das nicht. Militärstützpunkt Mariposa. Der kommt getappt ins Spiel. Wenn wir möchten, falls wir das tun, kriegen wir zwei Verstrahlungszauber. Verstrahlungszauber. Äh, Verstrahlungsmarken. Verstrahlungszauber. Mhm. Tappen wir ein farbloses oder fünfmal einer tappen wir ziehen eine Karte. Diese Fähigkeit kostet beim Aktivieren einmal weniger Affiliate. Eine Verstrahlungsmarke, die wir haben. Ist gut. Ja. Zieht eine Menge Karten, wenn man selber ein bisschen verstrahlt ist. Sind wir nicht alle ein bisschen verstrahlt? Dann haben wir Petschaftländer. Dementsprechend kommen da so ein paar Sachen. Die Unaufhaltsame Flut. Richtig gute Karte. Gute Replant. Zweifel-Evolution. Wächter-Projekt. Ja, super. Guardian-Projekt. Ja. Ist mittlerweile auch nichts mehr wert. War damals richtig teuer. Das ist eine gute Karte. Gehört einfach rein. Gerne schuppen. In einem sehr schönen Artwork. Weil ich glaube, das ist der Tamogolf, der da drauf ist. Ja. Es gibt ja den Pitboy Tamogolf. Also den Pitboy Artwork Tamogolf. Der kostet irgendwie 5 Euro oder so. Der kostet nichts. Das ist eine Todeskarte. Ich glaube, das ist der Tamogolf. Unermüdliche Spukenbesucherin. Bis ich mal gesehen habe, dass das ein Tireless Tracker ist. Ja. Hat bei mir gedauert. Auch ein gutes Artwork. Absolut. Gut. Opfer des Krieges. Aufreiben. Abtreiben. Dann haben wir noch ein bisschen was an. Schlechter Land Base. Das war halt echt denkens. Ja. Ja. Brutgründe. Großartig, oder? In einem dreifarbigen Deck. Ja. Das ist voll gut. Ich finde das großartig. Tempel natürlich noch, weil die müssen ja getapptes Spiel kommen. Auf jeden Fall. Und ja. Dann gucken wir uns noch ein bisschen die ganzen Ankommens an. Lästige Radmöwe. Verteilt Red. Ja. Bläflige. Verteilt Red. Verteilt Red. Verteilt Red. Okay. Glaubensbruder der Kathedrale. Ist das einer von denen? Ja. Endlich preise das Atom. Genau. Jaja. Jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der eine Marklicht hat, Abwehr 1. Das ist strong. Ja. Und Tappen legen eine Basis 1-Marke auf eine Kreatur, die du in den Spielen kommst. Leider kein Mutant. Ist kein Mutant. Das ist ein bisschen fail. Verteilt Red. Der leuchtender Verteilt Red, ja. Der wird übrigens tatsächlich gerade diskutiert in dem grün-schwarzen Dark Daps Deck. In Legacy. Echt? Ja, weil der kostet ein Mann oder weniger für jede Marke auf Permanent, die wir haben. Und du kannst für zwei Mann einen 8-8 Trampelschaden, der getappt ins Spiel kommt, reinknallen. Weil Dark Daps ist ein Land, das mit zehn Eismarken ins Spiel kommt. Ja. Das ist ganz witzig. Cool. Dann ein kontaminierter Trank mit X durch zwei Verstrahlungsmarken. Steht das im Englischen genauso? Keine Ahnung. Aber ich finde es sehr witzig, dass sie es so reingemacht haben. Der Mutant Raul der Revolver. Raul. Raul. Ja. Der sieht cool aus. Einer der Begleiter aus New Vegas. Wird festgehalten von einem verrückten Supermutanten. Das ist eine junge Todeskraller. Ja. Stärke Wackelpuppe. Aber das ist das einzige Deck, wo nur eine Wackelpuppe drin ist, richtig? Ja, warum? Warum? Ja, weil man ja nur sieben hatte. Ja, gut, gut, gut. Ja, klar. Wackelpuppe, Wackelpuppe. Ne. Keine Wackelpuppe, Wackelpuppe? Nein. Auf gar keinen Fall. Es gibt nur sieben. Ja. Kultivieren ist ein geiles Artwork, wenn ihr mich fragt. Wirklich geiles Artwork. Fernsuche, auch cooles Artwork. In Einklang bringen, das ist so ein gutes Artwork. Also generell die Artworks auf den Karten finde ich wirklich cool. Man muss es natürlich mögen. Es werden wahrscheinlich auch irgendwelche Leute darunter schreiben, verfaul ist. Ja. Es ist gar nicht meins. Genau, ich meine gerade, wenn irgendwelche Gewehre oder so da drauf sind im Stil von Magic ist halt auch schon eine Sache für sich. Ja, aber wie gesagt, ich finde sie sehr, sehr cool. Die Talismänner. Wieder drei Zeitschriften. Yes. Fehlsturm gleich, Rest gleich. Punkt voller Palast. Wer macht denn das? Mothman. Für den Mothman. Dann haben wir Sümpfe, Wälder und Inseln. Ja. Das ist das Mothman Deck. Ja. Was sagst du dazu? Also ich glaube, das Mothman Deck ist meiner Meinung nach das rundeste für mich. Echt? Krass. Wenn ich das so Out of the Box spielen würde, ich finde das super. Ich glaube, ich habe das Teuerste. Ist das Teuerste? Ich glaube, das ist das Teuerste. Also vom Geld her, wenn man es auf irgendwelchen Plattformen kaufen möchte. Ich finde es ganz cool. Ich finde es nicht so stark wie Caesar, aber danach würde auf jeden Fall der Mottenmann kommen. Weil der Mottenmann halt irgendwelche coolen Wächterprojekte hat. Ja, genau. Das ist einfach cool. Ich finde das ist eine runde Sache. Dann gucken wir noch bei dem Collector Sample Pack in Englisch. In Englisch. Heißt immer noch sehr weird finde. Und dann muss ich noch gucken, dass ich es hier nicht kaputt mache wie im letzten Mal. Ich habe schon alles klar gemacht. Ich habe es geschafft. So, wir haben... Ist jetzt spannend. Furious Lake in Fullard voll. Okay. Nicht bad. Und Casualties of War. Ganz gute Karte. Wahrscheinlich in dem Artwork sogar ziemlich beliebt. Sogar in dem Deck drin. Ja. Da ist es drin. Yes. Und ja. Wie gesagt. Sehr, sehr cooles. Sehr, sehr cooles Deck. Und ich finde es cool. Also ich habe es ja auch gesehen. Also wir haben bei Psyron auf dem Kanal, haben wir ein Match gespielt. Ich weiß nicht, ob das schon online ist. Wenn ja, ist das in der Videobeschreibung. Wenn nein, dann müsst ihr noch drauf warten. Mit Tim Gettke und meinem Co-host Robin von Radio Ravnica. Und genau. Da haben wir auch eine Runde gespielt. Das Moffman war ganz gut dabei. Das ist echt ein gutes... Was hast du gespielt? Ich habe Cesar gespielt. Easy. Easy. Cesar Silent. Beste Karte. Und ja. Deswegen. Also guckt da auf jeden Fall vorbei. Und wenn ihr das Video euch gefallen hat. Daumen nach oben da lassen. Abonnieren. Glocke aktivieren. Was auch immer das bringt. Gucken, gucken, gucken. Und genau. Gucken, gucken, gucken. Wenn ihr die anderen noch nicht geschaut habt. Könnt ihr bei denen auch schauen. Guckt mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr auch, wie gesagt, den Instagram Kanal. Von diesem netten Herrn. Plus eben auch so ein bisschen. Doch wenn ihr die Thumbnails von mir sehr cool findet. Oder das Logo sehr cool findet. Dann wisst ihr, wen ihr ansprechen müsst. Und ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt. Könnt ihr das sehr gerne tun. Auch monetär bei Patreon. Dort könnt ihr ab 3 Euro im Monat. Könnt ihr mich unterstützen. Und auch wenn ihr mit mittlerem Tier oder höheren Tier seid. Werdet ihr wie die anderen Kollegen jetzt auch gezeigt. Und mein ewiger Dank ist euch zugute. Und bla bla bla. Und ich hoffe zu reden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.